Und deine Mama, steht die auch nur am Kochherd? Nein, sie darf schon auch raus, sie darf sich alles kaufen, aber nur im Schluss verkaufen. Sie darf auch während ich in der Schule bin, auch raus. Dann muss aber halt der Papa daheim bleiben, also einkaufen fürs Essen mittags, dann tut halt der Papa Koch. Wenn ihr beide jetzt in die Koche steht und kocht, darf Mama dann raus? Dann darf Mama schon einkaufen, das ist uns wurscht, aber sie darf halt nicht ausschauen, doch sie darf auch bis nach Mainburg, darf sie aber weiter nicht. Das ist kein Wetter. Aber am Nachmittag, da darf sie bis nach Regensburg. Und das habt ihr alle so geplant, ihr Männer? Ja, wir sind besser als meine Mutter. Sie ist immer fröhlich, wenn sie hört, dass sie bis Mainburg darf. Und dann am Nachmittag ist sie auch fröhlich, wenn sie nach Regensburg darf. Aber eine Leine hat Mama nicht an, ne? Was? Nein, nein, nein. Die darf frei rumlaufen. Vielen Dank.